Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video am Montag, da ich von der Webcam aufnehme, denke ich mal, es wissen viele vielleicht, worum es geht. Und zwar wieder um Neuigkeiten im Videospielbereich, umgenauert seine Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir. Und ja, da gibt es neue Informationen, die im japanischen KuroKuro Magazin veröffentlicht wurden. Das heißt, wenn ihr das nicht wissen wollt, dann schaltet ihr jetzt ab, sonst werdet ihr gespoilert und shit. Und ich habe das am Samstag mitbekommen. Samstagabend kam jemand zu mir und hat gemeint, hey, hast du schon die Bilder gesehen? Ich habe Nein gesagt und ich habe das jetzt gestern nachgeholt und dachte, das mache ich doch mal schnell ein kleines Infovideo für euch. Also, es wurden ein paar Mega-Evolutionen gezeigt. Mega-Evolutionen in Omega Rubin und Alpha Saphir sind demnach bestätigt. Und es sind die folgenden. Schaut mal her, wir haben einmal Mega Dianz hier. Das ist die Mega-Entwicklung zu einem Spezial-Pokémon, meine ich. Da bin ich leider total aus dem Bild. Es ist irgendwie von einem Film, ne? Ihr wisst es, ihr kennt euch, da wäre es nicht besser als ich. Und bei allen, wichtig, allen dieser Mega-Pokémon, die ihr jetzt seht, behalten die den Typ ihres Grund-Pokémon bis auf eins. Und das werde ich dann darauf euch hinweisen. Und die Spezialfähigkeit von Mega Dianz hier ist Fragezeichen. Also nicht bekannt. Viel spannender hingegen finde ich persönlich Mega Gewaltrohr. Mega Gewaltrohr hat die Fähigkeit Blitzfänger und ist Pflanze Drache. Und das finde ich sehr cool. Das ist mal ein cooler Move. Mir persönlich gefällt das Design von Mega Gewaltrohr nicht so gut. Das liegt daran, ich mag bei Gewaltrohr nicht diese Böppel auf dem Rücken, diese gelben Plusteln. Das mochte ich schon beim normalen Gewaltrohr nicht und bei Mega Gewaltrohr genauso nicht. Gut, Mega-Logo kennen wir. War ja schon in XY vertreten. Und Zui wird Freudensprünge machen. Mega-Sumpex. Und Mega-Sumpex sieht in meinen Augen super badass aus. Also ganz großes Kino, ist so richtig bulky, tanky, sehr cool. Beherrscht Wassertempo, lautet den Leaks. Oder nicht, keine Leaks ist ja ein offizielles Artikelteil. Aber nicht nur hier wurden Entwicklungen gezeigt. Ich muss mal kurz hier rumklicken. So, sondern hier, schau es mir gleich nochmal an. Im Grunde sind es Mega-Kygore und Mega-Growdon. Aber es sind keine Mega-Formen. Sondern es sind, also im Freie Besetzung sind es Primal-Formen. Also Ur-Formen. Und die sollten angeblich durch einen Prozess erreicht werden, die Ancient Devolution genannt wird. Also, wie kann man es sagen? Ancient ist ja sozusagen das alte, also die alte, die althergehende Rückentwicklung. Keine Ahnung. Also wahrscheinlich sind es die Ur-Ur-Formen von diesen beiden Pokémon. Sie sehen auch sehr cool aus. Haben so diese Leucht, also die Ornamente auf ihnen leuchten so. Das sieht sehr, sehr badass aus in meinen Augen. Dann haben wir die Bilder von Team Aqua und Team Magma, die nach wie vor die Bösewichte oder halt die missverstandenen Bösewichte darstellen sollen. Da haben wir dann ein paar Designs gesehen. Ebenfalls Designs gab es von den beiden Protagonisten, männlich und weiblich. Beim Männlichen auf dem Artwork habe ich das Gefühl, er schielt ein bisschen. Und der Mega-Armreif kehrt zurück als Form für die Mega-Entwicklung. Ja, das war im Grunde alles, was es zu sehen gab. Jetzt die Frage an euch, wie, was haltet ihr von denen? Also, wie findet ihr die Mega-Entwicklung? Welche findet ihr am coolsten? Und was haltet ihr von den Ur-Formen von den beiden Poster-Pokémon für die neue Edition, nicht Generation? Und noch viel wichtiger, wie denkt ihr, werden diese entwickeln? Also, was ist Ancient Devolution? Und das waren alle Infos, die ich jetzt soweit habe. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen bereichern. Und wir sehen uns dann morgen beim Prenilog. Bis dahin, bye, bye. Ciao.